Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Viertel vor drei, aufgestanden bin ich um 2.10 Uhr, glaube ich, oder 2.15 Uhr, irgendwie so. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, heute ist Dienstag und Tag 23, glaube ich, genau, Tag 23 unseres Ramadans. Und wie immer, jeden Morgen habe ich richtig Durst, trinke erst mal Wasser und ja, dann beginne ich meinen Tag. Ich habe gestern gemerkt, dass ich keine Karte mehr habe, also kein Guthaben mehr. Ich muss aufladen, das heißt, ich muss nachher in die Stadt runter, wollte ich eigentlich nicht. Das steht bevor, inshallah, nehme ich euch da mit und ja, viel Spaß bis dahin. Und ich beginne mein Fasten bzw. mein Essen und dann das Fasten, inshallah. Ja, ich habe heute mal dieses Kleid angezogen, weil mein Rock und mein Pullover, das ist alles so warm. Ich schwitze wirklich beim Beten, deswegen, dieses hatte ich ja gekauft mit meinem Mann im letzten Jahr noch. Und das ist, glaube ich, das ist so ein Baumwollstoff und dann ist es nicht so warm. Ich hoffe, dass das besser klappt, genau. Ja, so, ich bin jetzt mal in meinem Bett umgezogen, es ist fünf nach, ähm, acht nach fünf. Ähm, ihr brennt ja die Licht, das Licht, die Licht, hm. Das Licht, hier habe ich auch Licht an, kann ich am besten lesen. Es wird gleich zum Morgengebet gerufen werden, inshallah. Das heißt, unser Fasten beginnt wieder. Ich habe meine Gebet, meine Fastenabsicht schon übernommen. Und jetzt sitze ich hier nochmal ein bisschen in meiner Decke, in meinem tollen neuen Bettbezug. Der ist wirklich gut, kann ich nur empfehlen, ne. Jedenfalls, ähm, ähm, habe ich mich entschlossen, hier nach oben zu ziehen. Das mache ich in den letzten zwei Tagen, habe ich das immer gemacht, ich dann so um fünf. Meistens so nach dem Morgengebet, aber ich habe gedacht, heute gehe ich schon mal vor dem Morgengebet nach oben. Dann kann ich hier beten gleich und kann, ähm, ähm, am Anschluss den Koran weiterlesen. Und bis es soweit ist, dauert es sowieso so acht Minuten, dauert der Gebetsruf ja meistens. Und es sind noch acht Minuten und dann habe ich ungefähr 20 Minuten, 15 Minuten noch Koran gelesen. Das würde ich gerne ausnutzen, inshallah. Und, ähm, ja, insofern, ähm, es ist hier so ein bisschen gemütlicher, ein bisschen heimlicher. Ähm, keine Ahnung, auch so frische Luftfenster sind ja auf. Und es ist mir schon wieder ein bisschen kalt hier, jetzt muss ich gestehen. Also, eben habe ich, es war wahnsinnig geschwitzt, unten war mir richtig warm. Also, wenn ich hier abends hochkomme, dann ist es hier richtig heiß wieder, ne. Fast schon wieder wie im Hochsommer. Und im Laufe der Nacht wird es dann hier kühler und unten wärmer. Keine Ahnung. Da. Doch keine acht Minuten mehr. Das ist immer schön, wenn man so am Land lebt, ne. Dann kann man das mal hören. Gut, mein Lieb, bis nachher. Oh nein. Die ist da raus. Na toll. So, guck, das ist sie hier raus. Das finde ich jetzt ja nicht so gut. Komm. Komm. Mal gucken, die kommt und kommt die andere mit. Komm, 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 komm. Komm, komm, die kommt da nicht rüber. Oh nein. Komm. Pst, 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 pst. Komm. Komm. Pst, 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 pst. Oh nee. Scheiße. Was macht sie jetzt? Die ist hier. Und die? Da ist ja irgendwo so ein Durchgang gewesen. Ist sie da durchgegangen? Versuch dir Bestes. Tja. Na gut, da muss ich sie erst mal reinlocken. Das schafft sie nicht alleine. Mal gucken. Sie wird schon nicht weggehen. Tico, bitte? Ja. Ja, warum gehst du da auch hin? Verstehe ich nicht. Ja, ist dir egal, ne? Futter geht vor. Kollegin, egal. Ich wollte euch den Reis holen, ne? Das habe ich jetzt vergessen. So, jetzt muss ich sie da locken. Ja, warum bleibst du denn noch nicht bei deinem... Da ist der Eingang irgendwo. Da. Da könnte sie jetzt gleich rein. Genau da. Ist ja aber zu blöd. Wie hat sie das denn da rausgeschafft? Komm. Das fliegt die nicht mal. I don't know. Oh, Allah, Allah. Komm. Komm her. Komm. Komm. Hier. Komm. Ich will sie auch nicht anfassen. Anders krieg ich hier immer Flöhe. Komm. Psch, psch, psch. Hallo. Komm. Komm hier, komm. Psch, psch, psch. Psch, psch. Da kommst du nicht durch. Geh. Psch, psch. Kommst du nicht durch. Da guck doch mal. Die hat Angst. Sie hat hier Angst. Psch, psch. Psch, 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 psch. Psch, psch, psch. Psch, 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 psch. Hier, guck, 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 guck da. Psch, 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 psch. Da. Die Jessie, du siehst du nicht? Das futtert ihr Angst. Da kommt sie auch nicht durch. Oh Mann. Ich muss sie hochheben, glaube ich. Da, guck mal, da. Die hat Angst. Gut, ich hebe sie mal hoch. So, wo ist jetzt deine andere wieder hin? Komm. Ich habe sie nämlich beide wieder rein. Komm. Nee. Die hat es nicht geschafft, raus zu schliegen. Die Arme, ich musste sie reinmachen. Also reinholen. Die hat so viel Angst. Ich glaube, ich denke sowieso, dass das die Jüngere ist und dass die hier erfahrener ist. Die musste hier selbst mal gründlich putzen. Ich glaube, die hat richtig Angst gehabt. Ich habe sie in den Arm genommen und hier reingeschmissen. Aber das war ein Akt, ne? Die wollte sich nicht fangen lassen. Das war jetzt gar nicht so einfach mit uns, ne? Hast du jetzt einen fremden Geruch, Ade? Hier. Da musste ich erst mal putzen, ne? Komm. Die hat sie sich nicht wehgetan, weil das war schon nie einfach. Ich habe sie dann an dem Zaun gehabt, habe sie da reingedrängt, weil... Ja, hätte sie wahrscheinlich auch alleine geschafft, ne? Aber... Naja, gut. Dann habe ich noch den Reis. Den werde ich denen noch eben geben. Katzen habe ich gefüttert. Und jetzt kriegen wir den nochmal. Die essen zwar nicht richtig, aber vielleicht ist es jemand anders. Und die wollen auch nicht mehr vor Schreck. Ich habe denen aber auch richtig viel gegeben eben. Vielleicht hat es sich auch ein bisschen wehgetan. Ich weiß es nicht. Ist aber dann, als sie drinnen war, auch hier gleich hergekommen hat, gefressen ordentlich. Weiß auch nicht. Tja. Ich hoffe, es ist nichts passiert. Eier, habe ich gesehen, sind keine neuen da. Manchmal legen die ja auch zwei, habe ich gehört. Na, Baby. Da habe ich mir uns nicht wehgetan, ne? Aber wenn du... Jetzt muss ich auch auf jeden Fall gleich duschen und das alles wieder in die Wäsche machen. Na? Magst du mich nicht mehr jetzt, hm? Hast du jetzt Angst vor mir? Scheiße. Normalerweise guckst du ja immer, hm? Hm? Ich vermute, dass das das Jüngere ist, weil die blutet ja immer, wenn sie Eier legt. Also... Ich vermute. Ich vermute. Ich vermute. Okay. das war ein schreck in der morgenstunde zu da hinten aus und schon wieder hier diese jetzt auch in den weiß schön das hätte sie da hinten irgendwie so ein bisschen sich gekratzt naja guck mal die ganzen scheiß fliegen hier wieder die beißen hier schon wieder tot das war jetzt so ein schreck jetzt wird keiner mehr hierher kommt keiner mehr die sagten sich auch so ein scheiß hier ja die sind hier bestimmt rüber geflogen hatten hunger und dann haben sie nicht wieder rüber vielleicht war es eine leere was liegt da denn so grün ist ich habe den reis gegeben und die tomatensuppe das war ein bisschen viel konnten sie nicht essen die hunde schnell hier einmal aufnehmen und dann gleich in die dusche um die flüge abzuwaschen und das werde ich hier bei 60 grad waschen wenn ich den pulver bei 90 waschen glaube ich das hat er nicht so gerne ich würde noch mal gucken nach den hühnern das eine hund macht mir ja sorgen weil es sich so gewährt hat ich so ein bisschen gewalttätig das wieder reingetan habe aber war ja eigentlich auch nichts da sind die katzen die sind am olivenbaum da hinten und die hühner sehe ich nicht naja die stolzieren dass ich ja auch irgendwo rum da hinten sind die katzen die sich kloppen naja ich sage mir jetzt mal die kacke ein hier die sonne kommt herum und wird es auch deutlich zu warm da jetzt eigentlich müsste ich noch mal eine neue tüte holen glaube ich glaube die alte tüte ist zu voll mal schauen ja die hühner sind da nicht so laut da wird es mir nicht hinterherlaufen aber heute sind die irgendwie weiß ich glaube die sind beleidigt weil ich sie heute morgen mit gewalt da reingehört haben wurde die eine das hat die wahrscheinlich der anderen erzählt und jetzt haben die sich zusammengetan und wollen mit mir nichts mehr zu tun haben ja so sieht's aus ich bin was ich mache da wäre nicht so doof ist da wieder rein zu fliegen naja ich gehe jetzt mein handyguthaben aufladen einmal inshallah ich gehe mal muss erstmal geld wechseln ich habe weiß nicht 100 zähne noch oder so das reicht glaube ich nicht ich glaube das war 170 oder so irgendwie so das ist immer echt das ärgert mich immer weil ich brauche das gar nicht ich kaufe das umsonst nur damit die nummer damit ich irgendwo damit ich anrufen kann falls es mal sein muss wenn man irgendwo anrufen muss weiß ich nicht wenn irgendein notfall ist oder so inshallah aber nur dafür lade ich das halt immer wieder auf ich gehe jetzt wie gesagt einmal los ich habe gar nichts mehr drauf gestern war auch meine türk telekom app nicht mehr ich muss dann gillisch machen also ich muss wieder alles angeben passwort und so ich will mich aber beeilen weil morgens früh ist immer richtig knifflig mit toilette und so ich trinke ja wie verrückt und es ist noch richtig früh ich weiß nicht 10 uhr oder so deswegen mache ich ganz schnell damit ich alles erledige bevor ich wieder auf toilette muss weil sonst habe ich ein problem denn das will dann mal ganz schnell raus weil zu viel drin ist ich will aber auch morgens von morgens habe ich immer noch so drei stunden bis zum gebet und jetzt haben wir zehn um eins ist das mittagsgebet und dann habe ich noch den ganzen tag vor mir wenn ich aber erst mittags gehe dann bin ich die in der mittagshitze und dann habe ich zwar auch knapp drei stunden bis zum nächsten gebet aber es ist jetzt auch wahnsinnig heiß mittags und der tag ist vorbei deswegen unangenehme sachen wie jetzt runter gehen dass ich gar keinen bock habe dann mache ich lieber mal gleich dann ist weg und dementsprechend habe ich das dann hinter mir also dieses Huhn habe ich echt ganz schwer nur reinbekommen heute morgen die hat total angst gehabt die hat auch das futtern nicht gewollt was ich hier hingehalten habe die war total verängstigt dass sie da nicht wieder reinkam die wollte die hat meine stimme egal die wollte nichts mit mir zu tun haben wollte das futtern nicht wollte einfach nur wieder rein ins gehege was sehr gut ist aber das hat zur folge gehabt dass ich sie in die ecke drängen musste was auch lange gedauert hatte und dann hat sie mit den flügeln gewackelt wie verrückt habe ich sie gerade ich habe mehrfach versucht zu greifen zum schluss habe ich es dann geschafft und viel fleisch ist da hätte ich dran da war an dem Hahn mehr dran die waren noch so ein bisschen mehr fleischig die sind ja richtig dünn naja ich will sie auch nicht schlachten aber das hat mir so leid die hat so total angst gehabt und dann bin ich sie darüber geschmissen und dann flog sie auch wieder rein und dann kam sie aber auch nicht gleich zum essen also die war verängstigt leider hier ist eine katze die frisst irgendwas keine ahnung knochen oder wo fleisch ich gehe jetzt ganz schnell runter wie gesagt einmal am strand noch gehen als erstes gehe ich wie gesagt richtung am samstags basal werde mit geld wechseln dann versuche ich wieder auf die barbaros zurück zu gehen um da mein guthaben aufzuladen wie es letztes mal aufgeladen habe weil da war es am günstigsten und das sieht voll aus wie die früchte die ich immer im garten habe sehr eigenartig missbillen kann das missbillen sein i don't know so wie gesagt das ist noch ziemlich früh als erstes werde ich alles wichtige erledigen geld wechseln karte aufladen und noch mal zum strand gehen vielleicht das sind aber alles verschiedene wege also ich gehe jetzt muss dann richtig hin und her ja das ist so kann natürlich auch bei dem telekom laden wechseln vielleicht weiß ich aber nicht kann auch nicht überall mal gucken wann es wirklich da schninkt mal gucken mal gucken mal gucken mal gezogen habe ich wieder mein schwarzes kleid weil das ist sehr dünn das hatte ich letztes jahr gekauft bei lc waltiki und dann habe ich die schwarze weste drüber dass sie jetzt auch gut und sowas suche ich halt auch in weiß oder creme oder so dass man das einfach so drüber zieht mal helle sache man sieht nichts das weiß man immer nicht so genau wenn das licht scheint aber die west ist lange von hinten dürfte man nicht viel sehen ist einfach zu warm ne ich bin auch die ganze zeit mit ihrem haar dann ob ich nicht die petersilie von migros hole die würde ich auch gerne einpflanzen das ist ja noch etwas was mir fehlt die petersilie ist auch sehr gesund die kann man auch immer so zwischendurch mal knabbern mache ich manchmal ganz gerne auch wenn euch das vielleicht wundert wenn die dann da so stehen würde dann würde ich die auch mal zu essen glaube ich aber das ist alles abhängig von dem pipigrad unten dachte mir vielleicht gehen wir zuerst zum strand der türk-telekom-laden müsste da hinten irgendwo sein soweit ich weiß vielleicht macht das dann auf den rückweg dachte ich mir die fangen alle an hier mit ehren die fangen alle an hier mit ehren vorbereitungen die ganzen lokale sehen schon wieder schick wie aus saison beginnt die fangen die fangen die fangen die fangen Untertitelung des ZDF für funk, 2017